Sehr familiär auch und es ist einfach genug Zeit hier, dass die Sachen gut erklärt werden können. Die Leute nehmen sich auch gerne die Zeit, um uns richtig einschaffen und das Ganze zu zeigen. Ich bin Kerstin Blaiker und ich bin aktuell noch studierende Radiologiefachfrau hier in der Hirslande Klinik Aarau. Der Job an sich ist sehr vielfältig. Wir haben insgesamt drei Fachgebiete, die wir als Radiologiefachpersonen abdecken. Das macht es auch extrem spannend. Und immer wenn man neu an eine Modalität herkommt, wird man eigentlich von Grund auf eingeschafft. Und es wird alles erklärt, Schritt für Schritt zeigen, wie auch der Ablauf ist von den einzelnen Untersuchungen. Allgemein wird man einfach gut begleitet. Man kann auch jederzeit, wenn man Fragen hat, kann man sich an irgendjemanden wenden. Es ist immer irgendjemand da, der einem helfen kann. Als Radiologiefachperson hat man einen sehr spannenden Beruf. Also bewirb dich doch jetzt in der Hirslande Klinik Aarau. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.